Geiles zurück. Bannerträger, hm? Bannerträger! Oh! Noldor! Achso, Grise! Kinder, Kaffee und Kuchen! Oh, zwei Gebäude hat der Wichser noch. Oder drei. Die krieg ich auch gleich, weil jetzt ist mein Held ja wieder da. Weil ich mache einen schönen zweiten Baumeister. Mein erster ist ja tot geworden. Ja, tot geworden. Ja, das passiert mir irgendwie in letzter Zeit öfter. Was? Du sowas sagst? Ja. Gedodet worden, hahaha. So ähnlich. Geododiert. Badiert. Diese Drecksau läuft einfach durch die Mauer durch. Oh, das sah geil aus. Die Reiter wollen an meinem Helden vorbei und er macht halt so wie wenn er einen voll im Lauf den Arm hinschlägt. Erwischt. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Der Feind! Noch ein Gesäuble! Weitere Sorge! Oh, jetzt rennt er da vorbei, der Wichser. Marsch, Marsch! Oh ja, ich kann Dunkelheit. Düsternis. Das klingt eigentlich geil, Düsternis. So, auf zum Zweiten. Rennt er wieder ganz hinterher, der Wichser. Scheiße. Verteidig das Schlafhaus! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Sie greifen nur noch! Seit wann kann sich ein Bomben selbst löschen? Will? Oh, jetzt kommt er mit lauter Ramböcken an, das Arschloch. Ja! Zwei Schläge von so einem Rambock und meine Produktionsdinger sind weg. Das ist, glaube ich, übertrieben. Bisschen? Mhm. So viel. Aber mit Bogenschützen und mit Brandfallen brauche ich ewig, um sie wegzukriegen. Immer so. Alter, guck mal, wie viel kalter Pulte der da bei meinem Helden hat. Wir hatten natürlich wieder nicht getroffen. Das Gebäude ist fertig! Am Himmel! Aufpassen! Aufwärmen! Hier entlang Lampenpflegers! Ja, egal, ist natürlich gefallen. Ist zwar eigentlich schneller als die Einheiten, aber jetzt natürlich irgendwie nicht. Knallhart. Normal. Geht's bei dir? Ja, ja, geht schon. Weil du schaut irgendwie ein bisschen komisch aus auf der Karte bei mir. Ja, ja, ist geht schon. Geht schon! Geht schon wieder. Boah, ist das schwer, was du ich. Was denn? Ich hab meine Thunländer zu früh beschworen. Und da, ich hab zuerst Sperrfeuer vor dem Held und dann Thunländer rein. Bäm. Bumm. Alles wieder weg. Ah, das, dass es immer so abweicht, wo die Tiefhelsen hinfallen, das find ich schon ein bisschen komisch. Mh. Hey, mein Sauermann ist gestorben. Ja, genau. Jetzt hab ich kein Produktionsgebäude mehr. Ich weiß zwar nicht, was es kaputt gemacht hat, aber gut. Wie er immer aus durch meine Mauer durchläuft, es nervt. Die ist weg. Geiles Drück. Tschüss. Tschüss, Sam. Geht der mir auf die Nerven. Jetzt ist der da hinten oben schon wieder vorbeigerannt, ohne dass ich's sehe. Also, ohne dass ich's sehen soll. So ein Trexer und Schleicher. Geht der mir auf die Nerven. In der Tat. Ah, jetzt kann ich endlich mal den Wächter rufen, bringt bloß nichts. Doch, bringt was. So, jetzt haben wir die zwei Katapulte da kaputt gemacht. So, jetzt kann ich endlich mal wieder Truppen sammeln, weil der mir alles kaputt gemacht hat dafür. Verteidig das Schlafhaus! Arbeiter! Der Feind, er greift an! Er greift halt an, und? Das pustet nicht so rum. Na ja. So, noch ein Feind ist weg. Hast du deinen auch schon kaputt gemacht? Fast, er ist fast kaputt. Komm mal nicht dazu. Na, mal schauen. Die sind ja die ganze Zeit bei mir dran. Wir haben die Ortskrube ausgerufen. Macht euch bereit, der Feind aus der Nähe! Oh, 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 das wird schön. Das wird schön. Achter! Da! Seid wachsam! Macht, was euch befreuen wird! Weg von den Schlammeln! Ihr wisst, was zu tun ist! Weißt du, was ich ganz vorteilhaft finde? Das ist mir schon mal aufgefallen. Äh, du kannst ja diese Wark-Vorposten machen als Isengard. Die kostet keine Bevölkerung. Wenn du so ein X oder ein Halb-X hast, da ist das vorteilhaft. Wir greifen an! Wir gehen zu euer Leben! Wir greifen wieder an! Sie fallen! Ja, du hast doch nicht! Sie plündert unser Lager! Morgenstück kommt schon raus! Kämpft! Wir haben auf euch gewartet, Fogenschützen! Naja, besser als letztes Mal. Ja, ich mein... Das letzte Mal haben wir verloren, also das gefördert. Aber jetzt gehe ich noch nicht gegen... Ich muss erst mal daheim. Boah, Morgum hier ist so scheißstabil. Düsternis. Deine Dunkelheit? Ja, ja. Oh, 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 oh! Jetzt gibt's mal Ruhe hier, Alter! Kommen die hier die ganze Zeit an, ey! Kommen die ganze Zeit bei mir, oder? Ja. Krass! Soll ich kommen? Nein! Nicht! Wieso nicht? Kannst du nicht mal... Das ist mein Server. Schaffe ich. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Ich habe eh gleich meinen Galia wieder. Hahaha. Kass mich mal mit deinem Ballisten, bist du scheiße gegen meine Gebäude. Jo. Aha. Was denn? Der mit seinen Juden immer. Furchtbar. Was denn? Ja, damit sind Hexenmeister da halt. Da hat mir wieder meine Einheiten verheißt. Achso, ja, das nervt. Macht euch wieder an die Arbeit! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Meine Todesengel, die auf Level 7 sind, und dann die Fähigkeit haben, dass sie stärker sind, immer ganz hinten, dass ich die Torgrüaple nicht angreifen kann. Das ist schon komisch. Einfach Arschlecken Sind sie weg Mit seiner scheiß Rammel Die geht nur so auf den Sack Ich hasse sie So Weißt du, die von den Zwergen Jaja So ätzendisch Ich bin verletzt, ich bin verletzt, gell? Ja Rogash Rogash Ich bin über Rogash gesprungen Und der gerade, der Meister springt es Voll peinlich Voll peinlich, wenn ich über den drüber springe, oder? Ja Der ist so stabil, ey Der hat so krass viel Rost auf Rogash ist übelst gut Der ist so krank, krass Der ist so voll krank, krass Ha, ha, ha Nee Ach, der hat eine neue Festung Ah So ist das also So machst du das also heutzutage Kannst du nicht mal Dafür nagel ich ihn jetzt Ach, guck mir ihn an Was da wieder ist Hm Oh, oh, oh Ja, natürlich alles gefallen Macht euch kampfenbereit Achtung, Bodenschützi Achtung Attacke Haha, meine Axtschleuderer Ist der Pionier Der mächtige Pionier Sehr viel stärker Als der Verbesserte Oder nur ein bisschen stärker Er hat einen wesentlich größeren Radius Und ist ziemlich stark Er ist schon sehr Extrem stark Ach ja, ich muss ja meine Helden wiederherstellen Hab ich ganz vergessen Hab ich jetzt mit meinem Pionier Meinen Sauermann erledigt? Wirklich? Hm Sowas passiert ja ganz gerne mal Das hätte nicht sein müssen Nicht? Achso Oh, krass Ich hab alle Fähigkeiten Na, was fehlt denn da noch? Jetzt macht das schnell weg Jetzt hör auf, du Arschloch Soll der Scheiß Das hast du ein Gebäude kaputt gemacht Das war doch nur eine Feste Äh, so eine Befestigung Ja, und? Ihr wisst, was zu tun ist Arschloch Also ein Kampftroll ist schon böse Wenn er mal freie Bahn hat Mhm So, jetzt kann man eigentlich wieder Kampftrolle Kampftroll Oh, aber es ist so böse Wenn die einfach durch seine Scheiß-Spie-Lanzenträger durchrennen Kriegen so krass viel Schaden ab Mhm Da ist ja geil wieder Oh, scheiße Schau mal her Ganz, ganz wenig Leben hat er noch Gerettet Macht euch bereit Da schreit er, wenn er verreckt Pussy Mädchen Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen Los, macht den nächsten kaputt mal hier, kurze Fix Lässt dir übelst viel Zeit Ja Ich hab schon eins, zwei Ich bin schon beim vierten Ja und, weißt du wieviel Gegner ich hab, wer? Mir doch wurscht Weißt du wieviel Gebäude ich kaputt mach? Ja, schilfe dich Ich mach auch viele Gebäude kaputt Ja, er baut zu dauernd wieder auf Der Kampf-Troll ist links Der Feind, er greift an Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen Der Kampf-Troll ist bereit Hm, was? Dieser Arzt gehört im Feind! So was gibt's, gell? Hä? Ich kann das nirgendwo setzen! Komisch. Vielleicht kannst du die nicht leveln. Hä? Ich kann das nirgendwo setzen! Wart nicht auf die Balliste! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Eine! Das war eng! Fast hätte sie drauf gehauen! Wieso kann ich denn hier nirgendwo leveln? Weiß nicht! So, jetzt ist sie fertig. Was? Achso, das wär ja gar nicht mein. Ich hab schon gedacht, also ich hab an meinem auf Schlachthof gedrückt, ja? Dann seh ich da deinen Helden hochspringen und denk so Was macht denn mein Held? Das war ja deiner. Ja. So. Nice. Er ist erledigt! Jetzt fehlt noch diese eine da und den krieg ich nicht kaputt. Ich glaub jetzt kriegen wir ihn schon kaputt. Hat er seine Festung noch? Hm? Hat er seine Festung noch? Nee. Hä, was hat er dann noch? Äh, doch. Minimal. Minimal. Jawoll! 2,5! Sieg! Sieg! Ja. Und wie lang hat's ge... Oh, nur 40 Minuten? Nicht mal! 35 Minuten? Gar nicht schlecht. Also das war... Das find ich jetzt, das war Premium. Aber die Rohstoffe hier wieder, hier ich. Naja, klar. Die Beute hier wieder, hier ich. Du hast dich ja voll ausgebreitet, ja. Wie immer. Ja. Oh. Okay, zu dem sag ich jetzt mal nix. Ja, ja. Hier wieder. Dazu sag ich jetzt mal nix. Aber, aber, aber... Na, bei wem kam sie an? Hä, hä, hä? Moment, ein Gebäude zerstört? Alter! Wo hab ich Gebäude zerstört? Doppeltes Einkommen wie ich. Du Lappen. Ja, du hast ja nicht mal doppelt so viel wie ich zerstört. Ha! Doch, aber zu Gebäude schon. Ja, nicht ganz. Aber gut. Also das war schon gut. Vielleicht schaffen wir mal irgendwo mal das 2 gegen 6. Das wär auch mal was. Mhm. Gut, dann war's das und bis zum nächsten Mal. Adios. Jawohl. Tschüss. zusano aus. wir vielleicht einiges. Vielen Dank.